Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge von Deathloop. Wir sind wieder in der Karlsbucht, weil... Ja, wir müssen wieder zu Franks Container gehen, weil wir den ja letztes Mal verkackt haben. Sura. Ja, genau. Neugeboren. Scheiße, sie haben mich gesehen. Kann es sein? Ne, noch nicht. Okay, doch, sie haben mich gesehen. Das ist jetzt völlig ungünstig. Aber okay. Was willst du, ha? Komm her. Morgen... Ne, morgen haben wir keinen Loop mehr. Okay, doch, haben wir noch, aber... Alle tot? Gut. Sehr gut, Colt. Nehmt mit die Munition. Gesundheitsstation. Sehr gut. Ja, ich will jetzt hier auch nicht allzu viel Zeit verlieren, eigentlich. Dumme Järva. Oh, das ist perfekt. Das klingt tatsächlich nach Ärger, mein Freund. Ah, da, 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 da. Ne, ne. Nehmt mal mit die Munition. Sehr schön. Okay. Weiter geht's. Der Wald der Weglage. Aha. Ähm. Oh, je, je, je. Ja, wir machen aber das am besten. So nicht. Hier drin ist das Ding. Gut. So ein bisschen blöd, ne? Das nur wegen einem Siegel. Ähm. Ja, sonst hat's hier tatsächlich nichts. Okay. Weiter geht's. Scheiße. Im Glück sind das alles One-Shots. Oh, da oben. Hoppala. Ne, da ist niemand. Wo sind die denn? Hä? Ach, da. Lass mich doch mal in Ruhe hier. Äh. Irgendwo ist er, Rainer. Oh, shit. Was, hallo? Wo bist du? Oh, Residuum. Bitte lächeln. Warum lächeln? Ah, das ist das Masken-Dingens. Ja, ja. Ich weiß immer noch nicht, wie ich an die Wolfsmaske komme. Ob das überhaupt geht? Keine Ahnung. Ich denke mal nicht. Dass das geht. Tür blockiert. Ähm. Ja. Amador Jack. Ja, wie komme ich denn hier rein? Das ist die Frage. Keine Ahnung. Oh, noch ein bisschen Residuum. Sehr gut. Ich geh jetzt da mal nicht rein. Ich geh zum Container. Oh, da haben wir noch eine. Und. Nochmal einer weniger. Komm, wir preschen direkt nach vorne. Ja, ich muss dich enttäuschen. Es ist cold. Du hast nichts gesehen. Nein, nein. Nächsten los. Oh, guck mal. Zwei mit einem Schlag. Sehr gut. Was? Oh, shit. Guck mal her, ja. Sehr gut. Es geht auch mit den Füßen. Jetzt gehen wir, gehen wir die Harriet erledigen? Oder was machen wir? Hm. Du hast nichts gesehen oder gehört. Hoppala. Oh, die lebt noch. Ja, mal ruhig hier. Okay. Oh, Munitions. Äh, Munitionskasten. Sehr gut. Ja, ja. Die Wartung ist da unten. Oh. Ja. Ist ein bisschen Residuum. Sonst nichts. Hoppala. Haben sie mich gehört. Wo sind sie denn, die Kollegen? Hm. Keine Ahnung. Hallo. Ja, hi. Ist vielleicht hier jemand? Nö. Wo sind die denn alle? Ah, da oben war einer. Sehr gut. Ja. Dass die nichts checken. Hehe. Da war doch gerade noch einer, oder? Ja, ja, das große Jenseits. Ja, ja, das große Jenseits. Scheiß ich drauf. Und tschüss. Das war mal eine Explosion, du. Holy shit. Ja, perfekt. Dann gehe ich jetzt schnell zum Container. Okay, blockiere die Regenklappen. Das muss es sein. So. Eine zündende Idee. Schließe die Ballade vom Plappermaul ab. Wenn nicht, werdet ihr leiden. Auch ich habe gelitten. So wie Amador gerade jetzt. Die zweisichtige Gönnlichkeit bedeutet im Glauben an ein Engel des Neids. Das große Jenseits. Ich habe es gesehen. Nach dem Absturz war ich die Einzige, die überlebte. Ich wurde wiedergeboren, um euch den Weg zu zeigen. Hm. Huch. Ach, scheiße. Keine gute Idee. Hi. Na? Legen wir los. Oh mein Gott. Shit, ich bin fast tot. Ich bin tot. Nicht gut. Oh je. Oh, warte. Gehen wir direkt schnell zum Munitionskasten. Der ist ja... Da oben. Sehr gut. Das war ein bisschen ungestüm, was ich da gemacht habe. Gebe ich zu. Wir gehen aber nochmal auf volle Pulle rein. Ich muss irgendwie rausfinden, wie ich diesen blöden Maskenmacher retten kann. Also, Harriet. Wir machen was. Wir machen was. Wir machen was. Oh. Also, Harriet. Wir machen was. Oh. Oh, no. Oh, hello. Harriet. Nexus betroffene Ziele erzeugen zusätzliche Verbindungen mit anderen Charakteren in der Nähe. Okay. Was auch immer das bringt. Keine Ahnung. Gehen wir mal da in ihre kleine Zelle. Und machen das Gift wieder weg. Äh, hier war das, oder? Der Gasverteiler. Genau. Der Amador, der ist jetzt halt schon wieder tot. Das heißt, ich kriege keine Maske. Was doof ist. Tatsächlich. Ja. Kann man nicht ändern, hä? Was bin ich denn mit einer Flasche? Weg. Hm. Ist es weg, das Gift? Das hilft noch nicht ganz. Das bitte noch mitnehmen. Wunderbar. Kann ich das eigentlich alles wegmachen da? Geht nicht, hä? Oder da? Ach, du Scheiße. Hm. Okay. Jetzt ist das Gas... Ist es weg? Nö. Es kommt immer weiter raus. Hä? Es fühlt sich's wieder auf. Wirf mal die Granate. Hä? Das war mal ne ordentliche Explosion. Und jetzt? Ne, okay. Bringt mir nix. Okay. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Wie ich das da wegmachen kann. Kein Plan. Ist ja eigentlich auch egal. Weil, wir haben erledigt, was wir erledigen wollen hier. Oh, da war grad noch was. Und zwar haben wir das Feuerwerk von Frank sabotiert. Ach, come on. Dann geht's halt hier drüben hoch, oder? Genau. Oh, rein hier. Er weckt. Hoppala. Das war ein bisschen zu weit. Ja, egal. Wir sind fertig für heute. Beziehungsweise müssen dann noch das ganze Siegelzeugs verwalten gehen. Ich hab ja glaub... Ja, gut zu viel hab ich auch nicht bekommen. Falsch eingegeben. Dann mach so. Das ist die falsche Tür. Hoppala. Eine weniger. Genau. Tunnel. Äh, Tunnel. Doch, Tunnel verlassen. Harriett tot und... Ja, ein... Eternalist hat sich in Stücke gesprengt. Cool. 19 Siegel. Ich hab gedacht, es wären mehr gewesen. Ich hab Franks Drähte vertauscht. Der arme Kerl wird's nicht kommen sehen. Ja, dann ist der Frank höchstpersönlich das Feuerwerk, ha? Sehr gut. Also, Tafelverbesserung. Von Nexus betroffene Gegner werden spontan mit anderen in der Nähe verknüpft. Uh, das ist geil. Dann, meine Limp-10 kann weg. Ähm, die drei können weg. Die drei ebenfalls. Dann hier. Ähm, Plasmakraft. Das brauch ich nicht. Den hab ich schon. Betonkopf, hab ich das schon? Ja, hab ich schon. Oh je, Miné, hab ich das auch schon? Ja. Das hab ich sicher. Ob ich das erneuerbar habe, weiß ich grad nicht. Warum kann ich das nur opfern? Signalverstärker, hab ich das schon? Warum geht das nicht? Das könnte ich anreichern. Erneuerbar. Hab ich aber auch schon. Aber warum... Wo ist denn das jetzt? Hä? Ich hab's ja ausgerüstet. Lol. Naja, Waffensiegel. Die Schlechten können ebenfalls alle weg. Reißerschütze hab ich genug. Hab ich auch genug. Geradewegs auch. Perforator auch. Große Büchse. Wie viel hab ich davon? Eins. Nur eins? Tatsächlich. Dann reichere ich das nochmal an. Okay. Dann hier. Ähm. Bei der Pfeffermühle. Gugeln durchpflügen die Gegner. Schneller lagladen. Feuerrate. Das kann ich eigentlich ablegen. Und dafür nehme ich... Wo haben wir sie? Einmal noch ne große Büchse. Beim... Ah, beim Rapier hab ich das schon. Der Nexus. Was hab ich dort für Siegel? Äh, Verbesserung. Ich werde geheilt. Steuern automatisch auf Gegner zu. Das kann ich eigentlich ablegen. Und dann nehmen wir die Anziehung. Ne. Hier, Einfluss. Spontan mit anderen verknüpft. Sehr gut. Was hab ich beim Teleport? Der Dropkick, den benutze ich ja eigentlich gar nicht. Ein Tausch. Das wär nice. Das können wir mal probieren. Sehr gut. Was haben wir denn als nächstes noch zum Erledigen hier? Ich hab alle Aufgaben von den Visionären erledigt. Bis auf das hier. Die Sova-Station durchsuchen. Das geht aber nur am Morgen. Ach, heje. Ähm... Ja, dann... Scrollen wir zum Nachmittag nach vorne. Ah, wir sind schon soweit. Okay. Dann können wir eigentlich nach Freestyle Drop gehen. Fia und Charlie erledigen gehen. Weil das mit den Stationen ist halt noch das Einzige, was ich offen habe. Und danach müsste ich die Lösung bereit haben. Beziehungsweise ausstudieren. Wie ich alle Visionäre auf einmal oder in einem Loop töten kann. Wir gehen mal nach Freestyle Drop. Gehen wir die beiden Turteltäubchen wieder töten. Was? Schlechtes zu vergessen. Die Anstalt geht weiter. Ich hab viel mehr verloren. Auch Gutes. Glaube ich. Ich würde gern die Vergangenheit vergessen. Das sagst du nur so. Warst als Kind sicher glücklich. Ich mein, du bist immer noch ein Kind. Schieb dich. Da haben wir einen Nerv getroffen. Ja. Dann können wir am nächsten Tag die beiden hier erledigen gehen. Haben wir ein bisschen was zu tun morgen. In diesem Sinne war es das für heute. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.